malzeit freunde willkommen zu einem neuen video ich bin ja lang immer bei youtube unterwegs und guck immer hier guckt da nach kompressor und alles was man so auf dem käfer macht und da bin ich auf lowlife motorsport gestoßen die kommen aus teneriffa die machen so geile videos ich habe dann angeschrieben ob ich das video zeigen darf und er hat gesagt ja klar und zieht euch dieses video rein ich finde das mega mega geil leute viel spaß mit dem video so 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 so